Hallo und willkommen. In diesem Video zeige ich dir, wie du mithilfe der Daytime Structure in Unity das Datum deines Endgeräts oder deines Computers auslesen kannst. Dadurch ist es dir möglich, dass du verschiedene Events anbieten kannst, wie beispielsweise ein Weihnachtsevent, das nur bis zum 24.12. beispielsweise geht. Und um genau so etwas in Unity zu realisieren, verwenden wir hier diese Daytime Structure. Ich zeige dir das gleich einmal anhand eines leeren Projekts. Das heißt, wir müssen jetzt hier mithilfe eines Scripts zuerst einmal auslesen, was ist die aktuelle Uhrzeit, was ist das aktuelle Datum, das wir hier haben. Also rechtsklick in den Assets-Folder hier, Create C-Sharp Script, dann einen beliebigen Namen vergeben. Ich nenne das jetzt einmal hier Christmas Event. Okay. Hier haben wir nun unser leeres Script. Und jetzt möchten wir zum Start des Spiels dieses Script dann ausführen. Und das Script soll überprüfen, welches Datum denn aktuell ist. Also, welches Datum haben wir? Das heißt hier Datum auslesen. Ganz egal, ob das ein Computer ist oder wir das für iOS oder auch Android programmiert haben. In der Dokumentation von Unity wirst du dazu jetzt nicht viel finden, denn wir programmieren ja hier in der Programmiersprache C-Sharp. Und daher suchen wir einmal in der Dokumentation von Microsoft, also hier bei Daytime Structure. Wenn wir hier nach unten scrollen, dann finden wir die Eigenschaften und da findest du viele verschiedene, wie beispielsweise Date, Day, Day of Week, Day of Year oder auch Today. Auf der rechten Seite dann immer die Beschreibung. Hier bei Today haben wir, ruft das aktuelle Datum ab. Das heißt, damit wir das Datum abrufen können, verwenden wir jetzt einmal die Eigenschaft Today. Mit einem Klick auf dieses Today in der Dokumentation sehen wir auch gleich ein Beispiel. Hier die Programmiersprache C-Sharp und dann Public Static Daytime Today. Weiter unten der Hinweis, type System.Daytime. Das testen wir doch gleich einmal hier in unserem Script. Direkt in der Startmethode. System.Datetime. Datetime, das wird uns auch gleich hier vorgeschlagen. Punkt Today. Gets the current date. Das ist genau das Parameter, die Eigenschaft, die wir haben möchten. Jetzt nur wichtig, wir möchten dieses Today auch irgendwie ausgegeben bekommen. Das heißt, ich werde das direkt in der Konsole hier unten ausgeben. Und das Ganze geht ja entweder mit Print oder mit Debug.log. Das ist ja vollkommen egal. Da wir diese Zeile Code jetzt in der Startmethode haben, wird das automatisch ausgeführt, wenn dieses Script an einem GameObject hängt. Das heißt, du könntest dir hier mit einem Rechtsklick, Create Empty, ein leeres GameObject erstellen. Und an dieses GameObject das Script hier anfügen. Wenn ich jetzt auf Play klicke, dann siehst du in der Konsole, da öffnen wir den Tab dazu. Hier haben wir automatisch das Datum. Jetzt sagst du vielleicht, das stimmt ja nicht überein. Hier ist der 12.11.2017. Ich öffne die Windows-Uhr und dann siehst du, bei mir ist aktuell 12.39 Uhr. Und es ist der 11.12. Das Datum stimmt also schon, denn die Darstellungsweise ist hier in der amerikanischen Form. Also Monat und dann Tag und dann Jahr. Die Uhrzeit passt noch nicht und das liegt daran, weil wir eine Methode verwenden, wenn wir zurück in die Übersicht hier gehen bei Eigenschaften, Today, ruft das aktuelle Datum ab. Also hier bekommen wir nur das Datum zurück. Und bei Now, da finden wir auch die aktuelle Uhrzeit auf dem lokalen Rechner. Das heißt, wenn du jetzt hier ein Event ausführen möchtest, nicht nur auf Basis des Tags oder des Monats, sondern auch auf Basis der Uhrzeit, dann hier nicht Today verwenden, sondern Punkt Now. Und dann sieht das in unserer Konsole auch ein bisschen anders aus, denn jetzt wird hier auch automatisch die Uhrzeit mit übernommen. Okay, soviel dazu erstmal. Wichtig jetzt, wenn du eine andere Darstellung haben möchtest, also beispielsweise nur das Datum, aber nicht in der amerikanischen Schreibweise, sondern in unserer deutschen Schreibweise mit 11.12.2017. Wie kannst du das tun? Dazu begibst du dich in dein Script und hier im Script nach diesem Now ein Punkt toString. Und an diese toString-Methode kannst du jetzt ein Format übergeben. A Standard or Custom Date and Time Format String. Und hier siehst du jetzt verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Also du könntest hier auch direkt dieses D eingeben und dann ist es in dieser Schreibweise. Ich werde aber jetzt einmal eine Custom Schreibweise verwenden. Das heißt, ich bestimme selbst, an welchem Punkt das Jahr, das Monat und der Tag ausgegeben wird. Dazu Tag, Punkt, Monat und dann hier Jahr. Wichtig dabei, dass du darauf achtest, dass der Tag hier mit 2d, also zweistellig mit kleinen d und das Jahr hier mit kleinen y geschrieben wird. Und wie du jetzt ziehst, jetzt wird das Datum so ausgegeben, wie es auch bei uns hier im deutschsprachigen Raum üblicherweise geschrieben wird. Okay, soviel dazu erstmal. Jetzt geht es natürlich darum, wie können wir dieses Datum weiterverarbeiten und auf Basis des Datums überprüfen, ob unsere Items beispielsweise abgelaufen sind oder ob die Aktion, das Event abgelaufen ist. Jetzt siehst du hier, ich habe vor diesem DateTime, also vor den Klassennamen, automatisch auch dieses System. Und dieses System ist ein Namespace, den wir auch hier oben importieren könnten. Also du kannst hier schreiben, using System, Strichpunkt und dann musst du hier nicht mehr System, Punkt, DateTime schreiben. Okay, wenn du dir also nur den Tag ausgeben lassen möchtest, dann könntest du auch hier DateTime, Punkt, Now, Punkt, Date oder dann für das Monat, Month oder für das Jahr, eben hier, Year. Also die verschiedenen Parameter verwenden. Schon haben wir dann in der Konsole, in der zweiten Zeile auch dann die Ausgabe der Jahreszahl. Das heißt also jetzt für dich, wenn du ein Event begrenzen möchtest auf einen gewissen Zeitraum, dass du all diese Parameter dann auch abgleichst. Das heißt, du erstellst dir drei Werte, also drei Int-Werte. Int-Jahr, Monat und Tag beispielsweise. Das sind drei Int-Werte. Und diese kannst du dann zuweisen. Also das Jahr ist beispielsweise DateTime, Punkt, Now, Punkt, Year. Das Monat ist dann DateTime, Punkt, Now, Punkt, Month. Und der Tag ist quasi DateTime, Punkt, Now, Punkt, Day. Und auf Basis dieser Zuweisung kannst du das Ganze jetzt vergleichen. Du könntest jetzt beispielsweise sagen mit einer Bedingungsabfrage, If-Jahr ist gleich 2017, dann Event läuft. Jetzt würdest du im kompletten Jahr 2017 dieses Event aktiv haben. Das heißt, wenn ich jetzt auf Play klicke, dann wirst du gleich in einer dritten Zeile sehen, Event läuft. Für ein Weihnachtsevent macht diese Logik jetzt natürlich wenig Sinn, denn dann würde das Ganze hier komplett für 2017 aktiv sein. Das heißt, du könntest mit einem Und, also zweimal dieses Firmen-Und, das Monat auch noch überprüfen. Und wenn das Monat 12 entspricht, dann ist das Event hier aktiv. Und ansonsten bekommen wir die Ausgabe Event noch nicht gestartet. Ich klicke wieder auf Play und jetzt siehst du keine Veränderung, denn wir befinden uns aktuell bei mir hier ja vom Kalender im Dezember. Und hier werden wir jetzt noch ein zusätzlicher Parameter hinzufügen und zwar Day ist gleich 24. Dadurch sorgen wir jetzt dafür, dass dieses Event wirklich nur am 24. stattfindet. So kannst du also das Ganze eingrenzen, indem du diese drei Werte hier nimmst und dann hier zuerst das Jahr vergleichst, dann das Monat und dann den Tag. Ich zeige dir jetzt noch kurz eine zweite Methode, wie du das Ganze lösen kannst. Du legst hier oben eine Variable an, ein Integer und nennst das Ganze irgendwie so Expiration Date oder Expire Date. Mit diesem Wert machen wir hier beispielsweise einmal Public. Dann können wir das jederzeit in unserem Unity Editor auch anpassen. Und dann legen wir noch einen Integer Wert an. Int Date ist gleich System.DateTime.Now. Das kennen wir bereits. Schauen wir einmal, ob das überhaupt funktioniert oder ob wir einen Fehler erhalten. Du siehst, ich kann die Sinne aktuell nicht starten. Hier erhalten wir einen Fehler und zwar System.DateTime.ToInt. Ich kann hier diesen Typ DateTime nicht einfach konvertieren. Das heißt, um das Ganze umzuwandeln, verwenden wir Int.Parse. Das ist eine Methode, um eine Zeichenkette, die bekommen wir ja hier zurück, System.DateTime.Now, in eine Zahl umzuwandeln. Sehen wir einmal, ob das überhaupt funktioniert. Parse und an diese Parse-Methode übergeben wir das hier und dann bekommen wir auch eine Zahl zurück, die wir in diesem Date abspeichern. Da haben wir jetzt das Problem, wir haben keine Zeichenkette, die übergeben wird. Das heißt also, wir hängen hier an dieses Punkt Now noch ein ToString. Dann sorgen wir dafür, dass aus diesem Datum eine Zeichenkette wird und die Zeichenkette wird in ein Integer umgewandelt. Jetzt startet zwar unsere Anwendung, aber wir erhalten hier eine Meldung, dass es beim Umwandeln Probleme gibt. Und das eigentliche Problem ist, dass die Darstellung hier bei DateTime.Now zwischen den Zahlen, also zum Beispiel 11.12.2017, mit einem Querstrich gekennzeichnet ist. Und ein solcher Querstrich kann schlecht in eine Zahl umgewandelt werden. Das heißt, wir verwenden jetzt hier nicht nur die ToString-Methode, sondern die Logik von hier unten. Also DD, MM und dann hier das Jahr, also Tag, Monat, Jahr. Das Ganze hier sollte sich definitiv umwandeln lassen. Geben wir das zu Beginn auch einmal aus. Print Umwandlung Datum Date. Das nur als Beispiel jetzt einmal, damit wir in der ersten Zeile sehen, ob das funktioniert hat. Hier haben wir unser Datum. Das haben wir auch umgewandelt. Da siehst du jetzt, da ist kein Trennungszeichen, kein Punkt, kein Querstrich. 11.12.2017. Das hat funktioniert. Der Grund, warum ich dir diese Variante zeige, ist jetzt folgende. Denn wenn du diese Methode einmal hast, dann kannst du in deinem Inspektor über das Expire Date, was wir hier sehen, ein Datum festlegen, wann diese Aktion abläuft. Wenn wir hier bei Expire Date den 31.12.2017 eingeben, dann lässt sich das Ganze nämlich auch in unserem Script vergleichen. Ich kommentiere jetzt nur diesen Abschnitt einmal aus, dass du siehst, unser Script ist eigentlich bis auf diese Zeilen hier oben leer. Und hier zum Start, da vergleichen wir jetzt, ob das aktuelle Datum, das wir in Date gespeichert haben, dieses Expire Date schon erreicht hat. Das heißt, Bedingungsabfrage, if Expire Date, größer Date. Wenn das der Fall ist, dann ist das Event noch aktiv. Denn hier hätten wir als Beispiel den 31.12. und hier den 11.12. Wenn das nicht der Fall ist, dann soll hier ausgegeben werden, Event wurde deaktiviert. Okay, testen wir das auch einmal. Ich klicke auf Play und jetzt wirst du sehen, wir haben hier nur zwei Ausgaben, zum einen Umwandlung und zum anderen Christmas Event noch aktiv. Wie sieht das jetzt aus, wenn ich dieses Expire Date vom 31.12.2017 auf den 10.12.2017 setze? Das war ja dann quasi gestern und das Event ist dann somit abgelaufen. Wie du siehst, Event wurde deaktiviert. Ein großes Problem haben wir aber mit unserer Schreibweise des Datums. Im Deutschen schreiben wir immer Tag, Monat, Jahr. Und das kann zu Problemen führen, denn die amerikanische Schreibweise ist Monat, Tag, Jahr. Und darüber lässt es sich bei Zahlen auch einfacher vergleichen. Nehmen wir als Beispiel einmal ein Event, das am 11.12.2017 startet. 11.12.2017, das ist in unserer Umwandlung 1.1, 1.2, 2.17. Wenn dieses Event jetzt bis zum 31.12.2017 geht, dann haben wir diese beiden Zahlen und den Zahlenbereich dazwischen, also von 11 bis 31 hier. Das bedeutet, beim direkten Vergleich funktioniert das Ganze. Wie sieht das aber jetzt aus, wenn wir den 1.1.2018 haben? Normalerweise müsste man ja sagen, der 1.1.2018 ist vom Datum her nicht mehr kleiner als der 31.12. Also hier das Expire Date ist quasi überschritten. Und dann sollte auch das hier ausgegeben werden, Event wurde deaktiviert. Doch ist das wirklich so, denn die Umwandlung sieht nämlich dann jetzt ohne die Punkte eigentlich so aus. Und wenn ich das in Unity eingebe, Expire Date, 0.1.01.2018, dann siehst du sofort bei der Übergabe, die erste 0 wird schon einmal gelöscht. Denn ein Integer kann nicht mit einem 0 beginnen. Es gibt keine Zahl, die mit einer 0 beginnt, außer die 0 an sich. Aber die besteht nur aus einer einzigen Stelle. Wenn ich jetzt auf Play klicke, dann wirst du feststellen, wir haben jetzt das Expire Date aktualisiert. Das heißt, die Aktion sollte jetzt eigentlich bis zum 01.01.2018 laufen. Doch ist das wirklich so? Wir befinden uns jetzt vor dem 01.01.2018. Ich lösche hier einmal die Einträge in der Konsole, klicke auf Play. Wir haben als Expire Date den 01.01.2018. Und wie du siehst, Event wurde deaktiviert. Und das sollte natürlich nicht passieren. Daher ist es extrem wichtig, dass wir eine andere Schreibweise verwenden. Denn wir müssen in unserer Struktur zuerst das Jahr, dann das Monat und dann den Tag überprüfen. Das findet hier nicht statt, denn hier findet eine Überprüfung des Tags, dann des Monats und dann des Jahres statt. Und genau deshalb kommt es zu solchen Problemen. Das heißt, hier können wir genau den Ablauf von hier unten verwenden und müssen dann auch das Datum in dieser Form schreiben. Das bedeutet, unsere Anordnung hier oben, das passt nicht ganz, wir sollten eigentlich diese Schreibweise verwenden. Jahr, Monat, Tag. Dann sieht das jetzt in der Ausgabe hier so aus. Mein aktuelles Datum heute ist, wie gesagt, der 11.12.2017. Also 2017, 12, 11. Und wenn wir jetzt hier bei Expire Date das Ganze umdrehen, wir sagen Jahr 2018, Monat 01 und Tag 01. Dann klicken wir auf Play und wie du jetzt feststellst, hier das Christmas Event ist noch aktiv. Das heißt also, mit dieser Variante hast du ganz schnell deine Logik mit diesem Expire Date und kannst dieses Expire Date auch direkt in deinem Editor hier festlegen. Wichtig aber, dass du diese Struktur hier verwendest mit Jahr, Monat und Tag. Genau diese Struktur empfehle ich dir auch auf deinem Computer, wenn du einzelne Dateien anlegst. Denn wenn du Dateien nach Tag, Monat, Jahr anlegst, dann werden diese nicht richtig sortiert. Soviel also zu einem kleinen Skript, wie du in Unity beispielsweise ein Christmas Event erstellen kannst. Wichtig dabei, hier möchtest du natürlich nicht nur eine Ausgabe auf der Konsole, die dein Spieler dann nicht sieht, sondern du möchtest hier die ganze Logik für das Christmas Event. Das heißt beispielsweise, Charakter als Glühwein verkleidet aktivieren. Wie gesagt, den kompletten Code findest du auch in der Videobeschreibung. Soviel zum Erstellen deines eigenen Events. Viel Spaß damit und bis zum nächsten Video. Viel Spaß damit und bis zum nächsten Video. Ciao!